hallo meine lieben heute ist der 31 12 2021 natürlich silvester wie gesagt ich wünsche euch vom herzen eine schöne feier je nachdem wie man feiern kann die lage durch corona das will ich aber jetzt nicht erwähnen ich wünsche euch einen guten rutsch bleibt gesund und munter danke für den support danke für eure unterstützung und 2022 wird wieder einiges kommen passieren und bleibt gesund